Dieses Video zeigt die Darsteller privat. Möchten sie die Illusion der Rollen für ihr Kind aufrechterhalten, schauen sie es bitte alleine weiter. Let it go! Let it go! Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Schneekönigin-Vlog hier aus dem Bachelor-Haus, aus der Bachelor-Wille. Ja, aber die Männer, die Bachelor quasi, die sind als erstes wach. Ich trage die Realität nicht mehr. So geht das hier fast jeden Abend. So, Mittagszeit, mittlerweile sind auch die Mädels wach. Wie idyllisch. Ha, 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 Schnee in den Eis, Schnee in den Eis. Ha, 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 Schnee in den Eis. Und so sauber. Ha, 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 nicht sein Ernst. Wo ist Fabi? Oh. Ha, 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 ha. Wow! Geil, du schneid wieder. Ich bin die Schneeköne. Wir sind heute in Kalv. Und ich war so begeistert von dieser Aussicht, dass ich einfach hier so um die Ecke gehen wollte und dann musste mich Tati Jutta auffangen. Hallo! Ich glaube, Kalv soll Klau heißen eigentlich. Das ist ein Druckfehler, so die Klaue. Pass auf, Moorhuhn. Okay. Ah! Ich hab doch gar nicht auf dich geschossen, Martina! Ihr Lieben, ihr müsst jetzt einfach mal Kopf stehen. Moment, ich helfe euch. Kopf stehen. Guck mal, jetzt ist das richtig rum. So, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Dreh, Buch, Moment. Ich sag dir nur, es hat nichts damit zu tun, wenn man die Kamera dreht. Aber das ist kein Buch. Ich verstehe. Ja, das ist auch kein Buch. Das ist ein Drehbuch. Oh Mann, Leute. Oh Mann, lasst mich doch mal mein Drehbuch machen. Aber mir gefällt die Richtung. Er denkt, er ist alt. Was? Er ist alt. Ja, ich weiß. Aber das muss er ja nicht wissen. Du bist alt. Aber alt und weise zu sein, ist ein Privileg. Wir sind alle neidisch. Das war eine Lücke. Ja, ich finde das auch ein bisschen. So, und jetzt gehen wir, ne? Herr Chris, jetzt gehen wir in Ihr Zimmer. Dann ziehen wir uns ne neue Hose an. Weil die anderen haben sehr Freude. So. Du siehst aus wie ein Kobold mit den abstehenden Ohren. Ich weiß nicht. Okay, okay. Er ist verrückt. Er ist verrückt. Null. Guten Tag. Es geht eine Lampe nicht. Schalter betätigt. Zauberei. Er hat sie einfach an. Manu guckt jetzt Stephen Kings S. Du hast keine Ahnung, was Stephen Kings S ist? Nee, ich hab keine Ahnung, was es ist. Lass dich mal an. Da ist dieser hessliche Clown mit dem Rot. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. So, wir haben heute mal einen Tag frei. Und wir gehen heute jetzt mal schön die Ortschaft erkunden. Und das ist übrigens unsere Bachelorhütte von außen. Was denn? Wohnung jetzt. Wo ist das schön hier? Okay, welchen Weg nehmen wir? Den guten oder den düster. Wir haben jetzt einen Weg entdeckt, den es nicht auf Google Maps gibt. Werden wir jemals den Weg zurückfinden? Ja, einfach umdrehen und zurückgehen. Achso. Willst du schon mal jemanden den Schlüssel nehmen? Zur Sicherheit. Ich mach's immer hier irgendwo in den Schnee. Alter. Ah, ich bin eingesunken. Ja, toll. Da willst du einen Schlüssel hin. Da willst du einen Schlüssel hin. Bist du sicher, dass es der ist? Vielleicht waren hier mehrere. Blair Witch Project Winter Edition. Wir sind hier alleine im Wald. Wettkleiden. Und los. Das sieht sehr elegant aus, Fabi. Fabi, kannst du nicht mehr oder was? Voll die Attraktion hier. Achtung, Stehräumfahrzeug. Der ist ja komplett untergetaucht immer. Der ist immer so. Ein Einbeiniger. Der ist total untergetaucht im Schnee. Das war schon richtig anstrengend. Irgendwo hört die Spur auf. Und da finden wir jetzt einen gefrorenen Hasen. So, heute schmeißen wir den Hot Tub an. Dave heizt schon ein. Sehr geil. Der Hot Tub ist geheizt. Allerdings aus Versehen auf 40 Grad. Der da ist schuld. Der hat mich verbrennt, ey. Der hat mich verbrennt. Warte kurz. Erst muss die Musik stimmen. Oh mein Gott. Oh, das ist geil. Zu heiß? Anscheinend ist es nicht zu heiß. Perfekt. Es ist perfekt, geil. Meine Ärztin hat gesagt, ich soll den Arm hochlegen. Das hab ich nie gefunden. Was ist das? Auf mich den Kassen. Er wird ein Prinz gewirrt. Tätä Jutta kommt noch. Hau ab. Alter, ich bin noch im Schnee. Das ist geil. Oh, das ist ja geil. Hau ab. 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 Guten Morgen. Und heute verlassen wir leider unsere Bachelor-Villa. Der Andreas macht schon dicht hier. Dampft noch von gestern. Gestern sagte Jutta, wenn dir kalt ist springt, einfach einmal in den Schnee. Hau ab. Hau ab. Heute spielen wir in Konstanz und Babette ist wieder da. Huuu. So schön hier. Ach ja, muss ich auch zeigen, wie schön das hier ist. Boah. Oh, guckt mal. Und da hinten die Alpen. Schöne Unterwasserfrisur hier. So, das ist unser Saal heute in Konstanz und das ist die Bühne. So ein schöner bunter Raum. Mit Pflanzen. Hab ich auch gesehen. Das passt perfekt. Das passt perfekt zum Frühling. Zumal sie eh 8 Grad draußen ist. Stimmt. Wir haben den Winter gestern hinter uns gelassen. Ja. Das ist so warm. Tada. Das ist neisana. Manu. Dein Auftritt. Manu möchte alles wieder gut machen vom letzten Mal. Ja, Manu. Du hast alles wieder gut gemacht. Miau. Heute spielen wir in Offenburg und es sieht schon ziemlich nice aus hier, muss ich sagen. Und in Offenburg übrigens haben sie auch Statuen von Karl und Clara errichtet. Danke, danke Offenburg. Okay. Alarm. 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 Tschüss Dave. 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 Mach's gut. Wir haben dich alle gemocht. Wir müssen dich leider aussperren. Leute. Wir sind jetzt im Panic Room. Bewegt euch nicht. Wir sind im... Nein, wir sind im Panic Room. Ich sehe nichts. Das ist ein Einbruch. Ich... Behaltet Ruhe. Bleibt ganz ruhig Leute. Okay, keine Panik. Keine Panik. Keine Panik. Es ist in der Zeit, dass wir beginnen, irgendwelchen Leuten uns zu entschuldigen. Ich glaube, Martina. Also es ist... Entschuldigung. So, das ist der Alex. Der Alex wollte auch mal in den Vlog. Mein Schauspiel-Talent ist nicht so groß. Und er denkt, man braucht Schauspiel-Talent, um in diese Vlogs zu kommen. Nee, man braucht kein Schauspiel-Talent. Man muss nur gut aussehen. Achso. Das ist eine Soft-Eiskönigin. Leute, die Eiskönigin ist ein ganz anderes Märchen als die Schneekönigin. Nur mal so. Wir haben uns schon überlegt, die Schneekönigin zu parodieren und am Ende, wenn ich schreie Schnee, Sturm und Eis, das sind halt Schnee, Sturm und Soft-Eis. Dann kommt so ein Soft-Eis raus. Es ist geschehen. Es ist geschehen. Nach wie ich gehört habe, ungefähr 400 Aufführungen ist mein Schnabel durch. Was hast du da gemacht? Was hast du da gerade gemacht? Ganz. Hast du dich gerade tatsächlich frei? Nein. Da hat mir gerade was vorbei. Und jetzt gibt es nur noch einen Reserve-Schnabel, der muss jetzt durchhalten. Oh, das war wieder ein sensationeller Vlog. Jedenfalls vermisse ich die Villa jetzt schon. Falls ihr das gar nicht gesehen habt, hier die Room-Tour, dann guckt doch mal den letzten Vlog an. Ansonsten, ich wünschte, ich hätte das gerade auf Video gehabt, aber leider nicht. Sie ist voll gestolpert. Jedenfalls könnt ihr hier die ganzen Vlogs angucken. Guckt doch mal rein und ansonsten kommt vorbei. Wir spielen noch bis März. Komm, vorbei, komm vorbei, komm. Bis dann, Tschüss! Uh!